Die Fans warten ja ohnehin immer gespannt auf den neuen James Bond-Film. Aber so groß wie dieses Mal war die Spannung vielleicht noch nie. Denn eigentlich war keine Zeit zu sterben längst fertig die Werbekampagne angelaufen, als die Corona-Pandemie dem Event einen Strich durch die Rechnung machte. Was also tun? Den Streifen einfach online herausbringen? Für die Macher offenbar keine Option und so wurde der Start immer wieder verschoben. Bis jetzt. Gestern Abend feierte der neue 007-Film in London Weltpremiere mit Stars und Glamour ganz wie es sich gehört. Annette Dittert berichtet. Das hier sollte eigentlich ein romantisches Wochenende werden. Aber damit ist es naturgemäß nach wenigen Minuten vorbei. Warum sollte ich dich verraten? Wir haben alle unsere Geheimnisse. Nur dass wir deins noch nicht kennen. Bis das gelüftet wird, dauert es knapp drei Stunden. Der längste und teuerste Bond aller Zeiten und sein letzter. Und so gab es am Set zum Ende der Dreharbeiten emotionale Szenen. Daniel Craig, der nach dem nur halb geglückten letzten Bonds Specter erklärt hatte, er schneide sich eher die Pulsadern auf, als noch einen zu drehen. Ihm ist jetzt alles verziehen. Was auch immer ich mal gesagt habe, ich habe jede Sekunde mit euch geliebt. Eigentlich wollte ich nicht sentimental werden. Das mit der männlichen Coolness gelingt ihm aber auch im Film nicht mehr durchgängig. Craigs Bond, so viel darf verraten werden, ist diesmal ernsthaft verliebt. Und so ist dieser Bond ganz zeitgemäß kein Macho mehr, sondern ein Mann mit Gefühlen. Aber natürlich ist es auch ein Festival der britischen Ikone schlechthin. Norman Bond, James Bond. Die große Diva der Londoner Spionage-Welt, wie gewohnt unterwegs rund um den Globus. Und so gibt es, wie üblich, beschwingte Prügeleien mit tödlichem Ausgang, natürlich für die Bösen und leichtfüßig inszenierte Action-Szenen, die auch nach fast drei Stunden noch überraschen können. Das Publikum nach der Londoner Weltpremiere, gestern Nacht jedenfalls, ist einhellig begeistert. Es war großartig, überraschend. Ich will nichts verraten, aber es war echt gut. Ich kann es total empfehlen. Fantastisch. Eines der größten Events, seit hier alles wieder offen ist. Unter den Premieren-Gästen, neben den Royals, auch viele Produzenten und Schauspieler. Und eine große Hoffnung, die über allem schwebt, dass dieser glamouröse Filmstart, bei dem sich die Welt schon wieder fast ganz normal anfühlt, der Startschuss für die Rückkehr in die Kinos generell sein wird. Wir hoffen einfach, dass die Menschen uns jetzt weiter unterstützen. Das Kino ist schließlich nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich ein so wichtiger Faktor. Ein Geheimnis wird übrigens nicht gelüftet, wer Bonds Nachfolger wird. Sind Sie so ein Ding schon mal geflogen? Nope. Nur so viel steht sicher fest am Schluss dieses fulminanten Films. Daniel Craig wird ab sofort im Bond-Ruhestand sein. Und der Zuschauer verlässt das Kino am Ende trotz wilder Action. Diesmal wie ein klassischer Martini. Gerührt, nicht geschüttelt. Die Bilder sind spektakulär. Vulkanologen sind begeistert. Aber für die Menschen im Westen der Kanaren, Insela-Palma, ist der Ausbruch eine Katastrophe. In der Region befinden sich zahlreiche Bananenplantagen. Experten schätzen, dass es Jahrzehnte dauern wird, bis der Anbau dort wieder möglich sein wird. Wir sehen es hier auf dem Bild. Der Lavastrom hat vergangenen Nacht die Küste der Insel erreicht und fließt dort unter lautem Zischen in den Atlantik. Der Vulkan auf der Kanareninsel spuckt seit 10 Tagen immer wieder Lava und Asche. Auf seinem Weg zum Meer hat der glühend heiße Strom bereits hunderte Häuser zerstört. Tausende Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. Es zischt, brodelt und dampft. So sieht das aus, wenn tausend Grad heiße Lava auf den Atlantik trifft. Seit 10 Tagen produziert der Vulkan auf La Palma schaurig schöne Bilder. Es ist auch ein grandioses Naturspektakel. Für sie ist es eine harte und gefährliche Arbeit, die Spezialisten der militärischen Notfalleinheit. Rund 180 von ihnen sind auf der Kanareninsel rund um die Uhr im Einsatz. Ständig messen sie, welche Gase sich entwickeln, ob Gefahr für die Bevölkerung besteht. Sie können die Emission von chemischen oder radiologischen Stoffen feststellen und auch eine Evakuierung anordnen. Gerade jetzt herrscht bei den Mitarbeitern dieser Spezialeinheit Hochspannung, denn sie müssen kontrollieren, ob der Kontakt der Lava mit dem Meer für die Menschen gefährlich wird. Denn beim Eintritt ins salzige Wasser könnten sich giftige, mit Salzsäure versetzte Gase bilden. Bislang wurden keine gefährlichen Stoffe nachgewiesen, weder Salzsäure noch andere kontaminierende Verbindungen, die eine Räumung von Gebieten notwendig machen würde. In den umliegenden Dörfern gilt eine Ausgangssperre. Die Menschen dürfen ihre Häuser nicht verlassen. Die Bilder, die der Vulkan produziert, sind für Menschen wie Anacosta nur noch schrecklich. Denn die Lava hat ihr Haus und das der Schwiegereltern zerstört. Nun leben sie auf engstem Raum in einem Provisorium. Bislang haben sie vergeblich nach einer Wohnung gesucht. Die Mieten, die verlangt werden, können sie sich nicht leisten. Ich weine nicht mehr, weil ich so wütend bin. Wir haben so viel verloren, jetzt kommen keine Tränen mehr. Aber so können sie uns doch nicht leben lassen. Die spanische Regierung hat gestern eine Soforthilfe von 10 Mio. Euro zugesagt. Es bleibt abzuwarten, ob sie bei Menschen wie Anacosta ankommt. Die Eruptionen des Vulkans gehen ununterbrochen weiter. Die Lava kann noch Wochen oder Monate fließen. Die Menschen auf La Palma werden vorerst nicht zur Ruhe kommen. Ganz anders als auf La Palma sind diese Vulkane in der Eifel schon lange erloschen und tragen friedlich und idyllisch aus den Nebelschwaden. Alles andere als ruhig und friedlich war es heute in Kiel. Dort hat nämlich am frühen Abend ein Tornado schwere Schäden verursacht. Am Ufer der Stadt wurden nach Angaben der Feuerwehr mehrere Personen ins Wasser gerissen, konnten sich aber retten. Mindestens sieben Menschen wurden verletzt, vier von ihnen schwer. Auf einigen Häusern wurden Dächer abgedeckt und der Strom fiel aus.